Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch 1. Juli Und Gott erhöhte die Wehklagen und gedachte an seinen Bund. Und er sah da rein und nahm sich ihrer an. 2. Mose 2, Verse 24 und 25 Es ist unglaublich, welche Wirkung unser Beten haben kann. Israel lebte in schrecklicher Sklaverei. Die Not war aufs Höchste gestiegen. Es ging um Leben und Sterben. Da begannen die Leute, sich darauf zu besinnen, dass Gott ja wirklich lebt und ein Heiland ist. Ihr Schreien kam vor Gott, wird uns erzählt. Und dann geschah es. Der biblische Bericht überstürzt sich geradezu. Es ist, als könne der Schreiber gar nicht Worte genug finden, um Gottes Barmherzigkeit zu schildern. Er erhörte, er gedachte an seinen Bund. Er sah da rein. Er nahm sich ihrer an. Das ist auffällig, denn die Bibel ist sparsam mit Worten. Wir würden gern oft mehr hören. Zum Beispiel würden wir gern wissen, was im Herzen des Schechers vorging, als er an Jesus glaubte. Wir würden gern erfahren, wie Zachäus dazu kam, um Jesu Willen auf einen Baum zu klettern. Aber die Bibel sagt uns das nicht. Sie berichtet nur das Nötigste mit knappen Worten. Hier aber ist es ganz anders. In Bad Euenhausen grub man einst nach heilkräftigen Wassern. Eines Tages stieß man auf eine Quelle. Die sprudelte aber gleich so mächtig, dass alles weggefickt wurde und die Menschen erschrocken davon liefen. So gewaltig bricht die Quelle der Barmherzigkeit Gottes auf, wenn ein bedrängtes Herz ruft, seufzt und schreit. Er hört, gedenkt an seinen Bund. Er sieht da rein. Er nimmt sich des Elends an. Am mächtigsten brach diese Quelle auf im Kreuz des Sohnes Gottes. Paulus sagt, er hat seines eigenen Sohnes nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Herr, vergib uns, dass wir allein unser Leben meistern wollen, da du doch so barmherzig bist. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich.